Herzlich Willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part hatten wir einige Probleme mit dem Lösen dieses Schildrätsels. Falls ihr im letzten Part die Lösung gesucht habt, sie ist drin gewesen, aber nochmal um es festzuhalten, man kann hier jedes Grab ansprechen, wobei ich dachte man könnte nur eins mit einem interagieren. Ihr müsst zu dem Grab von V. Marschall und dann ergibt diese Reihenfolge auch einen Sinn, was auf dem Schild ist. Zwei Symbole zeigen dann immer die Reihe von links und von oben und das ist dann Richard. Und Richard ist auch die Lösung vom Kryptex. Was steht auf der Kryptex-Rolle? Irgendwelche Toten in London, das kann sonst wo sein. Ich glaube, wir haben alle genug von dem Rumgerenne. Ich bin zu alt dafür. Geben Sie mir das Kryptex und Sie sind aus der Sache raus. Ach wirklich? Wie der Museumsdirektor? Sophie, weg hier! Schneller, sonst schaffen Sie es nicht! Oh nein! Seht her! Gott ist auf meiner Seite! Ihr Schicksal ist besiegelt! Ähm, 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 ähm. Mach, mach, mach. Was auch immer ich da machen muss. Ja, ja, ja. Ähm, D und Dings. Scheiße. Mach. Oh Gott, aber immerhin läuft der langsam. Nur die Kamera ist falsch rum. Bringt euch nur den Zorn Gottes ein. Wo ist der Scheiß? Die Gerechten finden euch doch! Nehmt euer Schicksal an! Oh Gott, oh Gott, ich bin grad total... Oh, erst mal ruhig. Also jetzt wird er uns ja wohl gerade nicht abknallen können. Ich muss erst mal an der Zigarette ziehen. Ey, das Spiel, das macht einen so fertig. Aus der Hand Gottes gibt es kein Entkommen. Gebt euren nutzlosen Widerstand auf und betet um Vergebung für euren Verrat am Himmel. Oh Gott. Ähm. Nein, also das macht die beiden an. Das Ende steht bevor. Es gibt keinen Entrinnen. Boah, der kommt ja tatsächlich näher. Das ist mein letztes Geschenk an euch. Oh, fuck it. Der kommt ja währenddessen tatsächlich näher. Alter, ihr spinnt doch. Ey. Okay. Lauf. Oh Gott. Ihr habt sie doch nicht alle. Also was war das jetzt? Das und das? Nein. Eure erbärmlichen Fluchtversuche bringen euch nur den Zaun Gottes ein. Die Gerechten finden euch doch! Scheiße, was war denn das jetzt? Macht doch. Oh Gott. Oh Gott. Mach. Jetzt muss ich den Schalter noch betätigen, ne? Natürlich. Mach doch. Aus der Hand Gottes gibt es kein Entkommen. Gebt euren nutzlosen Widerstand auf und betet um Vergebung für euren Verrat am Himmel. Mach. Oh mein Gott. Ey, das ist gerade voll gruselig. Mach. Der kommt immer näher. Mach doch. Mach doch. Du schaffst. Ja, das ist schön. Mach doch. Ich hoffe, Sophie ist in Sicherheit. Lauf doch. Oh mein fucking Gott, ey. Oh Gott. Wieder ein Hebel. Natürlich. Wie auch immer die Lösung da jetzt war, keine Ahnung. Oh Gott. Naja, er ist ja gerade noch relativ weit weg, aber das ist nicht schön. Wirklich nicht. Ihr Narren. Nur die Seligen können den Weg Gottes erkennen. Ja, mach. Eure Zeit ist abgelaufen. Mach doch. Oh. Mach. Ich hämmer schon wie bekloppt auf E. Nein. E, E und Maus hoch, ne? Für die Bösen, die Lügner, die Sünder gibt es keine Gnade. Oh Gott. Du musst schneller sein, sonst schaffe ich es nicht. Ja, Robert, das haben wir auch schon festgestellt. Aber was nützt denn das, was? Mach. Ey, ist das jetzt mal hier bald zu Ende? Bitte. Okay. Lauf doch. Mein Gott. Ach, wieder ein Schalter. Ey, ich will das bitte nicht nochmal machen müssen. Manus D, ihr erträgt eure Lügen nicht mehr. Der Verrat, den ihr an Gott begangen habt, muss gestraft werden. Mach doch. Gott. Mach doch. Bleibt stehen und lasset den Schmerz eure Seele läutern. Ach. Unser kleines Spiel ist zu Ende. Knien Sie nieder. Bitten Sie Gott um Vergebung. Dann lasse ich Sie vielleicht am Leben. Erbärmlicher Versuch. Haben Sie wirklich gedacht, Sie könnten verhindern? Wer ist hier erbärmlich? Dreckiger Mörder. Alle Söldner melden sich in der Westminster Abbey. Wie viel von Römi. Sie haben Teebingen offenbar in der Westminster. Gehen wir. Oh mein Gott, es ist vorbei. Die Mission ist vorbei. Wie viel Zeit haben wir noch? Denn, ja, wir hätten noch acht Minuten. Und das Tolle ist, jetzt die nächste Mission anzufangen. Dann wisst ihr, was das heißt. Dann darf ich nämlich, äh, das dann nochmal machen. Weil ich die nächste Mission jetzt nicht in einem Rutsch durchspielen möchte. Oh, was mache ich denn jetzt? Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir alle drei Geheimnisse gefunden. Ein neues Rätsel und eine neue Grafik freigeschaltet. Ähm, naja, komm. Machen wir erstmal weiter. Vielleicht kommt ja noch eine etwas längere Cutscene. Ach ja, wir dürfen ja erstmal wieder speichern. Äh, mach mal da. Ja, bitte. Ja, na, wir haben nicht viel Zeit. Bringen wir ihn um? Ja, kann ich sie kaufen, sobald wir in die Spur liefern. Da ist Remy. Und weg ist er. Sollen wir ihm folgen? Lieber nicht. Er ist jetzt im Vorteil. Wir brauchen ein Druckmittel. Er hat das Kriptex, aber ohne uns wird er es wohl kaum lösen können. Die Frage ist, ob Teebing in der Lage ist, es ohne uns zu lösen. Wenn ja, werden sie ihn töten. Wir müssen es zuerst lösen, dann können wir die Antwort gegen Teebing eintauschen und kommen hoffentlich alle lebend hier raus. Sehen wir uns die Schriftrolle nochmal an. In London lies a night a pope interred. His labor's fruit a holy wrath incurred. Sir Isaac Newtons Begräbnisfeier, dem der Adel beiwohnte, wurde von Alexander Pope geleitet, einem Freund und Wehgefährten. Er hielt eine bewegende Ansprache und streute eine Handvoll Erde auf den Sarg. Alexander Pope? Hey Pope, das ist perfekt. Newton ist unser Ritter. Ah, schade, die Cutscenes waren jetzt doch nicht so lang, wie ich dachte. Wir haben immer noch sechs Minuten, das heißt, der Part wäre jetzt nur neun Minuten lang. Das ist dann ein bisschen zu kurz. Vielleicht haben wir ja noch was zu lesen, um die Zeit zu füllen. Dann müssen wir das beim nächsten Mal nicht machen. Steht hier irgendwas Neues oder so? Menschen? Aha. Alexander Pope. Alexander Pope, 22. Mai 1688 bis 30. Mai 1744. Wird als einer der größten Poeten aller Zeit gefeiert. Er war ein begnadeter Satiriker, dessen Provokationen aber stets der Besserung der Menschheit dienen sollten. Seine Spezialität war das sogenannte heroische Couplet. Er trieb diese Form der Dichtkunst in solche Höhen, dass nach ihm niemand mehr in seine Fußstapfen zu treten vermochte. Er besaß die fast übernatürliche Gabe, schwer soziale Probleme des alltäglichen Lebens anzuprangern und in einer Weise darzustellen, die beim Leser Aufmerksamkeit erregte, ohne deswegen weniger unterhaltsam oder humorvoll zu sein. Aufgrund des großen kommerziellen Erfolgs seiner Arbeiten war Pope der erste englische Poet, der alleine von den Verkäufen seines Werkes leben konnte, wodurch er von sich sagen konnte, ich bin keines lebenden Prinzen oder Pears Schuldner. Aha, das ist jetzt auch voll interessant, dass der von seinem Zeug da leben konnte. Jetzt haben wir bestimmt noch was über die Westminster Abbey. Wäre zumindest zu erwarten, genau. Westminster Abbey, England. Die Stiftskirche von St. Peter oder Westminster Abbey ist eine große gotische Kathedrale in London. Nördlich des Westminster Palace gelegen ist sie seit William I. Schauplatz der Krönung der britischen Könige und zudem der Bestattungsort von 18 britischen Monarchen sowie berühmter Persönlichkeiten wie zum Beispiel Browning, Cossier und Tennissen. Hier wurden... Lesen, ne? Hier wurden auch das erste Drittel des Alten Testaments der Bibel von King James und die letzte Hälfte des Neuen Testaments übersetzt. Bevor es das Parlamentsgebäude gab, trafen sich der große königliche Rat und die Bürgerlichen im Domkapitel am östlichen Kreuzgang. Der Landstrich hieß früher Throny Island und hat eine lange Geschichte, die mit der Errichtung eines Schreins im Jahre 616 und eine Benedikterabtei 960 beginnt. Der erste größere Bau entstand... Sorry, ich muss gerade die ganze Zeit lachen, weil ich dieses 616 nicht lesen konnte. Erstmal wieder runterkommen hier. Der erste größere Bau entstand als Edward, der Bekenner, hier eine romanische Kirche... Entschuldigung... Kirche für die Benedikter errichtete, nachdem der Papst von Edward den Bau einer Abtei führte. Ach Gott, das erkennt ihr das, wenn ihr lachen müsst und nicht mehr aufhören könnt zu lachen. Ah, dann muss man sich... Also das klingt jetzt komisch, aber dann muss man sich selber kurz irgendwie wehtun. Ich werde mir jetzt kurz mal leicht auf den Daumen beißen. Mal gucken, ob das geholfen hat. Nachdem der Papst von Edward den Bau einer Abtei verlangt hatte, um das von diesem nicht gehaltene Gelübde einer Pilgerreise zu sühnen. Im 13. Jahrhundert ersetzte Heinrich III. Edwards Abtei durch eine massive gotische Kirche, die von Henry de Rennes, ja, leck mich, entworfen und fünf Jahrhunderte später vom Architekten Henry vollendet wurde. Der Ausspruch Peter berauben, um Paul zu bezahlen, stammt daher, dass das Geld, das für den Bau der Abtei zu Ehren von Petrus bestimmt war, dazu benutzt wurde, um die St. Pauls Kathedrale instand zu setzen. Ihre große historische und symbolische Bedeutung rettete die Kirche vor der Zerstörung in der Zeit der Auflösung der Klöster 1534 und vor den puritanischen Bilderstürmern des 17. Jahrhunderts. Die Kirche erlitt während der Bombardierung Englands im Zweiten Weltkrieg nur kleinere Schäden. Der Krönungsstuhl wurde in die Kathedrale von Clutchester gebracht und der Krönungsstein heimlich in der Abtei vergraben, um diese Gegenstände vor der Zerstörung zu bewahren. Da die königlichen und mittelalterlichen Grabdenkmäler nicht bewegt werden konnten, wurden sie mit 60.000 Zandsäcken geschützt. Ach, das war ein sehr lustiger Text. Zumindest aus dem, was ich so draus gemacht habe. Aber gut. Haben wir noch irgendwelche Hinweise? Weil wir haben ja jetzt scheinbar schon wieder einen Kryptex, weil wir haben... Achso, das ist dann Kryptex 4. Richtig, das war das, was ich auf Englisch vorgelesen habe. Aber Robert und Sophie haben das besser hingekriegt als ich. Ja, hier haben wir eh jetzt nichts mehr gefunden und da dürfte auch nichts rot sein. Richtig. Was sagt die Uhr denn jetzt? Weil ich möchte hier echt nicht rum... Ja, okay, 23... Wow, noch 23 Sekunden, das ist klasse. Das heißt, im nächsten Part können wir ganz gechillt durchstarten hier in der Westminster Abbey, weil wir die Informationen schon gelesen haben. Und ich kann jetzt erstmal aufhören. Weil, wie gesagt, das letzte Kapitel war jetzt komplett an einem Stück. Und ich bin jetzt erstmal fertig. Wir sehen uns im nächsten Part.